Nach so einem Statement wollen wir natürlich genau wissen, wie das aussieht, wenn jemand den Gartenverein macht und haben herausgefunden, Berger Gartenbau z.B. macht das. Brian Wies, du hast den Garten hier gemacht, herzliche Gratulation, find's wunderschön, wie hat denn das vorher ausgesehen? Ja, Messi, vorher war hier eigentlich nicht viel, es hatte eine Wiese, ein Haufen Büsche und eine Böschung hier gegen die Strasse. Aber wir haben jetzt eigentlich alle die Mauern, den Schwimmteich und all die Seitzbretze hier gebaut. Musik Giardina ist ja wahrscheinlich ein Ort, wo der erste Kontakt zum Kunden entsteht, z.B. jetzt in deinem Fall Berger Gartenbau. Genau, Giardina ist für uns ein ganz wichtiger Anlass, den wir natürlich solche Kontakte herstellen können zu Privatkunden. Wenn du dort an diesem Stand bist, was kriegen die dann alles, wenn sie mit dir zusammen arbeiten? Wir bieten das komplette Programma von der Planung, Beratung des Kunden, nachher natürlich die Umsetzung bis nachher die Pflege. Das Wichtigste bei dem Konzept von so einem Garten ist was? Dass man sich im Garten wohlfühlt. Die Pflege! 2 3 4 6 6 6 8 8 9 7 Vielen Dank.